Freaky fragt Pete Smeet Wie sehr lebt ihr Domi, Mikkel und Andi? Lieben? Bläh! Domi? Bläh! Andi? Bläh! Mikkel? Bläh! Nein, es sind alles coole Jungs, die einen wichtigen Teil dazu beitragen, dass es uns gibt und dass Pete Smeet zu dem geworden ist, was es ist. Also, danke ihr drei. Aber natürlich auch danke an den Rest, der jetzt hier nicht erwähnt wurde. Wie Martin, Philipp, Roman, Sven. Ich hoffe, ihr habt keinen vergessen, sonst könnte es peinlich werden. Also Domi, Mikkel und Andi sind einfach schon auch super ewig. Eigentlich gehören sie zu uns und sind damit halt auch Freunde geworden und kennen wir halt auch ewig. Also es sind halt Freunde geworden. Deshalb habe ich sie zum Beispiel auch zu meinem Geburtstag eingeladen. Also die drei könnten mir teurer nicht sein und würde auch auf die nichts kommen lassen. Die leisten eine hervorragende Arbeit und B sind die auch super coole Leute und best. Bei einer Skala von 0 bis 10 würde ich sagen 12. Du meinst die dritte Reihe? Also Domi, Mikkel und Andi liebe ich natürlich so ein Stückchen weniger als Sven. Und ansonsten sehr doll. Und dann dann, wie wir Sie gar nicht Tranqukat auf da höherpl Also wie du was Mal pulling hast, um das eine zuldgegenăt war.